Nächster Halt Nächster Halt Firma Plasser Nächster Halt Pummerer Straße FAB Umsteigen zur Linie 27 Nächster Halt Industriezeile Nächster Halt Prinz-Eugen-Straße Fachhochschule Linz Stellungskommission Umsteigen zur Linie 45 Nächster Halt Europaplatz Design Center Umsteigen zu den Linien 12 und 25 Nächster Halt Dinghofer Straße Nächster Halt Humboldt-Straße Umsteigen zu den Linien 41 und 43 Nächster Halt Goethe-Kreuzung Landestheater Linz Musiktheater Umsteigen zu den Linien 1, 2, 3, 4 und 27 Nächster Halt Kulinstraße Kulinstraße Arbeiterkammer Nächster Halt Hauptbahnhof Kärntner Straße Landesdienstleistungszentrum Wissensturm Terminal Tower Umsteigen zu den Linien 1, 2, 3, 4, 12, 19, 27, 45 und 46 Nächster Halt Waldeckstraße Nächster Halt Johann Strauß-Straße Landwirtschaftskammer Nächster Halt Stadion Umsteigen zur Linie 26 Nächster Halt Siegelei-Straße Umsteigen zu den Linien 19, 27 und 107 Nächster Halt Berg Nächster Halt Hartacker-Straße Nächster Halt Sonnenhof Nächster Halt Zaubertal-Straße Nächster Halt Eichberg-Straße Nächster Halt Buchberg Umsteigen zur Linie 191 Nächster Halt Michaelsberg-Straße Nächster Halt Leonding Schule Umsteigen zu den Linien 19, 191 und 192 Nächster Halt Heinzenbach-Straße Nächster Halt Hochäcker-Straße Nächster Halt Am Dürrweg Nächster Halt Sportplatz Rufling Nächster Halt Dietweg Nächster Halt Rufling Nächster Halt Atriumweg Nächster Halt Hitzing Endhaltestelle Nächster Halt Nächster Halt N Summit Nächster Halt Nächster Halt